Herzlich Willkommen im Racing Allover Langlaufwochenende im wunderschönen Oberjoch. Ja, wie ihr seht, wir haben jede Menge Schnee. Gutes Wetter mittlerweile auch. Vorhin hat es ein bisschen geschneit und jetzt kommt aber so langsam die Sonne raus, also perfekter Einstieg würde ich sagen. Die erste Einheit haben wir schon hinter uns. Wir sind eine tolle Gruppe, Anfänger und Fortgeschrittene. Da machen wir noch ein bisschen Videoanalysen. Jetzt ist Max Weber dabei, Ex-Langlauf-Profi. Ja, was mega Spaß. So I better use my legs and run. For it is too late to flee. I feel there is no other way. It's what I can do. What I can do. I better use my legs and run.